Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Samstag, den 22. August. Heute haben wir dabei die Telekom, Google-Übersetzer, WordPress, Twitter und Facebook. Beginnen wir mal mit der Telekom. Die führt jetzt eine Bildungsflatrate für Schüler ein. Ja, einen neuen Tarif, womit Schüler ohne irgendwelche Kosten, es standen wohl früher mal 10 Euro im Raum, die sind jetzt eben nicht mehr vorhanden, also für 0 Euro, einen Mobilfunktarif bekommt, der heißt Education und dann können sie auf bestimmte digitale Lerninhalte zugreifen, Hausaufgaben versenden oder im Homeschooling an Videochats teilnehmen. Das Ganze wird dann von dem jeweiligen Schulträger und den Schulen definiert, was da drin enthalten ist und dann kann losgelegt werden. Schöne Sache, wie ich finde. Mal gucken, ob das so ein bisschen die Digitalisierung in der Schule jetzt noch weiter anstößt. Der Google-Übersetzer, der ist ja schon seit März dieses Jahres in der Lage, auf Android gesprochenes zu transkribieren. Schwieriges Wort. Also, der andere spricht, Google schreibt das auf und ihr könnt es dann lesen. Und jetzt gibt es eine neue Funktion dafür. Ihr könnt es nicht nur lesen, ihr könnt es euch auch noch abspeichern für später, dann könnt ihr es dann lesen. Und es gibt auch noch eine neue Sprache, Italienisch ist dazugekommen. Ja, wenn ihr den also benutzt, habt ihr eine Funktion jetzt mehr. WordPress. Die App von denen wird jetzt In-App-Käufe bekommen, weil Apple das so will. Das ist ein bisschen schräg, also dass Apple selber die pusht und sagt, nee, ihr müsst In-App-Käufe anbieten, denn bislang gab es gar keine Käufe, soweit ich weiß, in der WordPress-App. Man muss aber immer unterscheiden zwischen WordPress.org und WordPress.com. Das eine ist halt praktisch die Open-Source-Kiste, wo wir praktisch halt WordPress runterladen, dann bei uns selber installieren, so wie es zum Beispiel auch der Poughkeepsie mit seinem Blog macht. Oder auch hier die Daily ist auch auf einem selbstgerosteten WordPress. Und dann gibt es WordPress.com. Dort ist ein Dienst praktisch und die sorgen für das ganze Backend, für die Serverstruktur. Und wenn man da mehr Speicher haben will, muss man dafür zahlen. Die Grundinstallation ist umsonst. Und genau daran will Apple jetzt mitverdienen. Deswegen sollen sie In-App-Käufe einführen, das nicht nur im Web machen. Ja, erinnert so ein bisschen an Epic, die ja auch versucht haben, diese App-Store-In-App-Käufe, die sie dann auch teilweise an Apple abgeben müssen, zu umgehen, wie auch diverse andere. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen Spaß haben in den nächsten Monaten generell mit dieser Problematik. Und nächstes Thema, Twitter. Die haben jetzt eine neue Funktion eingeführt für Direktnachrichten. Wenn ihr von jemandem eine Direktnachricht bekommt, den ihr noch nicht kennt, dann werden euch jetzt mehr Informationen zu dem Profil zur Verfügung gestellt. Ihr könnt also schneller euch das angucken, durchscrollen, was ist das für ein Mensch, der mir da schreibt. Das konntet ihr vorher im Prinzip auch, wenn ihr dann einfach den Usernamen benutzt habt, geguckt habt. Geht jetzt nur ein bisschen schneller. Ja, ist jetzt auch nicht der Brüller. Ich würde mir immer noch lieber eine vernünftige Editierfunktion wünschen. Und letztes Thema für heute. Gerade haben wir Twitter. Jetzt haben wir Facebook. Das klassische Design am Desktop bei Facebook wird im September eingestellt. Das ist ein bisschen komisch für mich gerade, denn ich war auf einmal auf dem neuen Design irgendwie vor ein paar Monaten. Und auf einmal ist das wieder weg gewesen jetzt vor ein paar Wochen. Und ich bin jetzt wieder auf dem alten Design, welches jetzt abgestellt wird. So richtig rund läuft das nicht. Das neue Design ist auch nicht gerade großartig beliebt, weil es auch gerade am Desktop sehr viel Platz verschenkt. Ein paar Funktionen sind auch nicht mehr gegeben. Also das Verknüpfen von anderen Accounts in den Text geht nicht mehr so einfach oder teilweise gar nicht. Jedenfalls nach meiner Erfahrung. Aber auf jeden Fall, der harte Cut wird wohl im September kommen. Und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Oder wir nutzen einfach nur die Apps. Denn ja, gefühlt die meisten nutzen es E-Mobil und wenig am Desktop. Von daher schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und das war es dann auch schon für heute. Überraschenderweise am Samstag, aber warum auch nicht mal. Und vielleicht hören wir uns auch schon morgen wieder. Ansonsten ab Montag ist auf jeden Fall wieder der Martin für euch da. Und versorgt euch mit den täglichen News. Bis dann. Ciao, ciao. Bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.